Tadaaa! Nur wieder ein Video von mir, wo ich rede, nach langer Zeit... noch sehr langer Zeit.... Ja, man weiß irgendwann nicht was man sagen soll, deswegen... so als Muse-Zeit eine Schweig-Zeit. Ähm, der Titel sagt ja schon, ne, aber er sagt schon, äh, das erste God-Liter überhaupt, wieso geht das denn jetzt hier nicht? Also, äh, hab das Spiel schon angefangen, ich hab aber keine Ahnung, wo ich bin, wie ich war, was ist überhaupt? Cross-Safe, ah, das wär dann, wenn ich von der Konsole, ach guck mal, ich spiel doch erst ein paar Stunden. Also, nichts verpasst. Okay, ich mach von raus. Ja, das ist meine Shai, ist ihr Spitzname. Ja, ich würde aber ganz ein bisschen Basis-Tour geben, ne. Dringend! Nein. Ja, ich hab' ich da beide schon fertig. Ich hab' ich da beide schon fertig. Das blieb mir noch nichts. Mach' das mal so. Ne, nehme ich denn mit. Soma ist auf jeden Fall richtig cooler Charakter. Ähm. Irgendeinen wollte ich noch haben, der war zwar nie im Anime, aber den nehme ich mit, weil der hat ja coole Fähigkeiten. Alisa. Zoma Alternative. Code aber auch cool. Wie ist der andere? Lindo. Genau. Da sieht man wenig was spielen. Los gehts. Wie gesagt, den maskierten Ogre habe ich im Anime so nie gesehen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich den Anime jetzt hier auch mit meiner Frau konnte, weil ich ihn allein durchgeguckt habe. Oh, wie waren das jetzt hier alle? Oh, cool, wir haben ein Update. Die haben doch erst am siebten Update gehabt. Oh Gott. Dann beleub mich mal bitte wieder. Ich bin voll aus der Steuern raus, Mann. Ja, danke. Okay. Das ist cool. Ich bin voll aus der Steuern. Ich bin voll aus der Steuern, Mann. bei den voraus man was ist das Komm zurück zu mir! Arsch! Fight again! I can't die! I have to watch your world! I have to watch your world! Yoko! Butch! Please! Come back! Worry on! 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 Ernsthaft? Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Erst am 7. hatte noch ein Daten-Update. Auf Version 1-4-8. 1-4-9, 1-4-4. Ach, komm! Die haben hier jetzt immer eine Waffe gesetzt. Ah. Hat der gerade einen Kamilabi angebracht? Oh, das war ziemlich gut. Oh, ich bin dauernd. Sorry doch. Fünkt sie mir schon bezahlt. Jetzt wissen wir, was hier funktioniert. Mit Glocke und so. Oh! 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 Ich hab da nichts! Du hast nichts! Dick, Dick, komm! Ich hab da immer eine Uhr. Ich hab da immer eine Uhr. Ich hab da immer eine Uhr. Und dann. Ich hab da immer eine Uhr. Ich lasse mich. 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 Ich meines Spiels. Ich hab hier nicht mehr weggestehen. Ja, komm! Komm! Dann komm! Und dann. Scheiß Kampf um keine Besch... keine Besch... keine Beschämtlichkeit. Oh, müssen wir nachvollziehen. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich das Spiel nicht mehr gespielt habe. Ich suche was anderes raus. Bis gleich.